So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Men of the Walls Back to the Anfängen, eigentlich geiler Name, Back to the Anfängen, wenn wir uns jetzt erstmal ums Essen kümmern, wir werden hier hinten mal kurz ein kleines Fältchen machen, ja, klein ist sehr gut gesagt, so, sollte wirklich nur ganz klein sein hier, so, dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir hier unten noch ein bisschen, Samen raus, auf dem letzten Mal unser Berg angesprungen, sprengt wurde, suchen wir jetzt immer noch ein bisschen Futter, weil leider finden wir irgendwie keinen Samen, Das ist ja wirklich die Schede, müssen wir uns dann irgendwann mal in den Berg untergraben, könnte ich das auch dazwischen stoppen, ja, So Dann kommt hier eine Eingangstür hin Es gibt nur einfarbige Betten Oh, ist das... Oh, ich hab gedacht... Sag, 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 es geht nicht. Das geht echt nicht. Och, ist das scheiße. Och, ist das denn scheiße. Das ist richtig nicht so. Die Wand wird noch zugemacht. Mit den Steinchen, die ich ja jetzt wieso noch in meinem Inventar habe. Das ist eigentlich eine geile Sache. Also, was hat man damals noch so gespielt, was richtig viel Spaß gemacht hat, was man eigentlich nochmal spielen müsste. So, jetzt gucken wir mal. So. Dann noch ein Fackel hier. Wir haben Lammfleisch. Ich kann mal zwei fressen. So. Hm. Also, können wir uns eigentlich... Wir brauchen auch hier noch einen Aufgang. Da kriegen wir auch noch ein bisschen... Ja, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Ach, was sind das für Bäume hier geworden? Ja, wir brauchen den besten Axt, damit es schneller geht. Können wir uns noch eine Steinachs bauen, entscheidend. Und dann können wir hier eine Triple bauen. Ja, ich weiß nicht. Mit dem Delay... Pfff. Ah. Gefällt mir eigentlich nie so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Bocken gefällt kriegen. Das ist einer der grässlichsten Bäume. Wenn sie so wachsen, könnten wir eigentlich das kotzen. Klar haben sie viel Zeug dran. Und dann... Wirklich versteckt sie hinter jeder Ecke irgendwas. So. Man kommt nicht überall hin und dann... Warum fällt der Baum nicht so auseinander? Oder warum kippt er nicht? Da sind einfach ein, zwei, erste oder so, die einfach nicht weggehen. Und das ist an diesem Bäume richtig scheiße. Also es gab damals Sachen... Ich sage jetzt mal, damals hat man dann drei Sachen gehabt. Man hat sich vielleicht gelangweicht, aber ich weiß nicht. Aber es war so. Es war so. Und... So. Nächster Baum. Also ich will eigentlich größtend das mit... Eichenholz arbeiten. Ich möchte nehmen, finde ich auch Eichenholz mit am besten. Eichenholz, ja, da noch Eichenholz. So. Na, mit ein Stückchen Fleisch. Alles auch kaputt. Schweinchen. Da ist... München. Krieg ich Samen? Krieg ich Samen? Ich hab Samen! Hühnchen! Äh... Hühnchen. Wo muss ich hin? Dein? Nee, Dein. Oh, da hab ich schon mal zwei Hühnchen. Da bin ich gleich doch gut. Also, nee. Los nicht. Ich müsste noch ein Schaf dann töten. Was lock ich denn Schafe an? Geh rein mit dir, rein. 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 Ja, die Hühnchen und die Brüllen. Brüllen. Was? So. Ah, scheiße, ist schon wieder Nacht. Oh, nein. Hier scheint wohl alles gut gewesen zu sein. Hier ist noch ein Eichen. Das Hühnchen nehme ich jetzt nicht mit. Ich brauche noch ein... Weißes. Wenn ich auch nur respawn habe. Was ist hier noch? Scheiße, weil... Ach, nee. Sag mir, nee. Ist das letzte Schaf... Oh, hier. Also, nicht das letzte Schaf... Pfff... Uhu. Das sind meine größten. So, ich habe immer keinen Schaf mehr zorn. Peckel, 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 peckel. Keines so. Holz musste ich dann noch mal fällen. Weißes Bett. Ach, waal. Kleines Nächchen. Das kann ich die Bettchen auch noch. Oh, ich kann die noch färben, oh es ist geil, oh es ist geil, wie mache ich ein Gildesbett? Oh, jetzt, ich wollte gerade sagen, das geht nicht, da haben wir ein Menzi Bett, ja, so, ich glaube, du musst eigentlich spawnen, gesetzt sein, ähm, nein, du kriegst mich nicht, du, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, danke, oh, da wurde ich angeschoben, so, ob das wichtig war, ich glaube schon, das war eng, so richtig, richtig eng, dafür gibt's ein bisschen Hammeln, so, jetzt haben wir ja die nächsten Minuten schon wieder vorbei, wenn das nicht befeuchtet, ähm, würde ich sagen, Leute, wenn euch eigentlich der ganz Platz gefallen hat, dann geht man da mal rum, dann versuchen wir das nächste Mal, den Kellerbau zu machen, den Kellerbau, ja, erstmal, wenn wir die Treppe, glaube ich, hier machen, damit ich, damit ich leichter hochkomme, und dann, wenn ich den Kellerbau machen, kann man hier eine kleine Terrasse machen, und dann haben wir auch Fenster rein, oh, ich glaube, das wird schon geil, nach Satellit, da will ich, glaube ich ja nicht auch, gut, dann will ich ja bitte mit dem Massaker Menzi, und Menzi, und Menzi, und Menzi, und Menzi.